Was brauchen wir, ist Vertrauen. Also Unternehmen, die produzieren, die in Zukunft Daten zur Verfügung stellen, damit sie noch schneller, noch besser produzieren können, noch mehr Qualität reinbringen können. Die brauchen Vertrauen, dass diese Daten natürlich einfach verwendet werden können. Bieten die Unternehmen noch zusätzliche Merkmale an, die sie ihren Kunden verkaufen können, also zusätzliche Nutzen, der generiert wird, dann muss der eben auch über diese Datenwelt transportiert werden. Und GaiaX muss auf der einen Seite die Sicherheit, die Datensicherheit bringen und GaiaX muss auf der anderen Seite eine Usability haben, dass aber auch jeder, der nicht aus dieser Welt kommt, versteht, wie er sich einfach mit seinen Daten dort andocken kann und damit auch arbeiten kann.